Gitta Alper, geborene Regina Klopfer war eine ungarisch-amerikanische Opernsängerin, Schauspielerin und Tänzerin. Leben Die als Tochter eines jüdischen Kantors geborene Regina Klopfer studierte bei Laura Hilgermann Gesang, dann Klavierspiel, und kam 1916 an die Budapester Hochschule. Sie und ihre Brüder nannten sich ab 1917, Alper. Nach ihrem Bühnendebüt 1923 als klassische Koloratursopranistin an der Budapester Oper wurde Gitta Alper schnell populär und trat auch an großen Opernhäusern in Wien und Berlin auf. Zu den von ihr am häufigsten gesungenen Partien zählen die Königin der Nacht aus Mozarts Die Zauberflöte, Rosina aus Rossinis Barbier von Sevilla, Gilda aus Verdi's Rigoletto sowie Violetta aus Verdi's La Traviata. Während eines Gastspiels der Berliner Staatsoper in London 1929 sang sie auch die Rolle der Sophie in Strauss' Rosenkavalier. Nach einem triumphalen Erfolg in Milöckers Battle Student am Berliner Metropoltheater wechselte sie 1930 wie viele ihrer Opernkollegen ins Operettenfach. Sie sang mit Richard Tauber in der Berliner Premieren-Aufführung von Franz Lehars Schön ist die Welt, der Komponist Theo Mackheben schrieb ihr die Rolle der Gräfin Duberi in der von ihm bearbeiteten Neufassung der Operette Karl Milöckers Die Duberi, Auf den Leib. Große Erfolge hatte sie zu Beginn der 30er Jahre besonders in den Operetten ihres Landsmannes Paul Abraham, etwa Ball im Savoy. Die Alper, avassierte zur Operetten-Diva der damaligen Zeit. Unter der Regie von Karl Fröhlich stand sie 1932 zum ersten Mal für den Film vor der Kamera. Da sie als Jüdin nach dem nationalsozialistischen Machtantritt 1933 nicht in die Reichskulturkammer aufgenommen wurde, brach ihre Karriere abrupt ab. Für ihren dritten Film ging Gitta Alper nach Österreich. Aus der am 5. April 1931 geschlossenen zweiten Ehe mit dem Schauspieler Gustav Fröhlich entstammt 1934 Tochter Julika. Mit Rücksicht auf die Karriere des Ehemanns wurde die Ehe 1935 wieder geschieden. Dieser stritt später die politische Situation als Grund für die Trennung ab. In seiner Biografie Sternchen stellt Fröhlich den Sachverhalt völlig anders dar. Als Josef Goebbels, neu ernannter Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, am 28. März 1933 der versammelten Berliner Theater- und Filmprominenz im großen Saal des Hotels Kaiserhof verkündete, dass Juden unter ihnen nicht mehr erwünscht wären, verließ Fröhlich aus Solidarität zu seiner Frau die Veranstaltung, weil diese nicht zur Begrüßung Goebbels zugelassen werden sollte. Noch in derselben Nacht verließ Alper Deutschland in Richtung ihrer Heimat Budapest, wo sie später mit Fröhlich auf dem Lande nahe der ungarischen Hauptstadt lebte und wo am 8. Juni 1934 die gemeinsame Tochter geboren wurde. Danach nahm Alper Engagements in Frankreich, Ungarn und Österreich an, während Fröhlich fortwährend in Berlin drehte. In dieser Phase hatte das Ehepaar kurze Affären. Alper mit ihrem Kollegen Werner Fütterer, Fröhlich mit seiner Filmpartnerin Jamila Nowotna. Zum endgültigen Bruch kam es, als Fröhlich mit der 18-jährigen Tschechin Lida Barova eine Beziehung einging. Entgegen Alpers Behauptung, Fröhlich habe die Scheidung eingereicht, was am 17. Januar 1935 in einem Wiener Filmjournal der Öffentlichkeit auch so präsentiert wurde, stellt Fröhlich wörtlich klar. Hier mag noch festgehalten werden, dass Gitta Alper die Scheidung verlangte, nicht ich. Sie wurde 1935 in Berlin ausgesprochen. Ich war des Ehebruchs schuldig, das Kind blieb bei der Mutter. Bedenkt man nun, dass Frau Alper den Namen der Ehebrecherin nannte, dann sieht es wohl kaum so aus, als ob ich die Scheidungsklage eingereicht hätte. Ich konnte mich doch nicht gut selbst des Ehebruchs anklagen, um geschieden zu werden. Alper sah dies anders und widersetzte sich auch nach 1945 jeder Versöhnung. Ihre Karriere setzte Gitta Alper zunächst in Großbritannien fort. Als sie während einer Tournee in den Vereinigten Staaten vom Ausbruch des Zweiten Weltkrieges überrascht wurde, kehrte sie nicht nach Europa zurück. Für René Claires Film The Flame of New Orleans stand sie 1940 in Hollywood neben Marlene Dietrich noch einmal vor der Kamera. An ihre europäische Vorkriegskarriere konnte sie allerdings nicht mehr anknüpfen. Mit ausschlaggebend für das baldige Ende ihrer Schauspielerlaufbahn im US-amerikanischen Exil können das Nachlassen ihrer Stimme, der ungarische Akzent sowie nicht perfekte Englischkenntnisse gewesen sein. Gitta Alper war nach 1945 nahezu vergessen. Berichte in westdeutschen Zeitungen und Illustrierten waren rar. Ein kurzer zweispaltiger Bericht erschien 1951 in der Rundfunkzeitschrift Hör zu unter der Überschrift, wo sie blieben und was sie trieben. Dort war von einem geplanten Comeback in Europa und einer neuen Show am Broadway die Rede. Beides verwirklichte sich nicht. Für das DDR-Fernsehen entstand 1961 unter der Regie von Wolfgang E. Struck der Film-Premiere im Admiralspalast über die Sängerin. Gitta Alper war in dritter Ehe mit dem dänischen Tänzer, Immobilienmakler und Kunstsammler Nils Wesselbarge verheiratet. 1987 empfing sie in Berlin das Filmband in Gold für langjähriges und hervorragendes Wirken im deutschen Film. Gitta Alper starb 1991 und wurde auf dem Westwood Village Memorial Park Cemetery im Los Angeles County zu Grabe getragen.